So, Freunde der Nacht, willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Soccer. Und zwar sind wir jetzt in Part 8. Und wir haben gerade Kamerun besiegt. Wir sind jetzt in Spiel 11, glaube ich. Jawohl, sind wir. Und wollen wir mal schauen, wie es jetzt weiterläuft gegen England. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es ernst, jetzt kämpfen wir gegen richtige Gegner. Wollen wir mal schauen, wie es läuft. Nachdem wir ja in einem einen Part uns da so tierisch aufgeregt haben. Oh, 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 oh. Ah, verdammt. Er haut uns natürlich weg. Komm her, komm her, komm her. Okay. Das war schon mal schön. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ne, das war zu. Wow. Geht ja doch. Okay. Wow, aus. Alles klar. Das ist doch gut. Nein, das war gar nicht gut. Das war erst recht nicht gut. Gleich gibt's ne rote Karte, das seh' ich jetzt schon. Oh, oh. Ja, natürlich. Okay, okay, okay. Alter, was ist denn das? Die haben einen da direkt vorne vorm Tor stehen? Ja, und bei mir steht keiner. Scheiße. Das war klar, dass das ein Tor wird. Ja, 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 das war abzusehen. Ja, das war abzusehen. Mist. Gut. Nicht gut. Besser. Schlechter. Besser. Raum Nummer 10. Jawoll. Geil. Er ist drin. Rechtsrum ins Eck. Geil, geil, geil. Geil. Jawoll. So. Fall wegnehmen. Okay. Ah, ich wollte gerade schießen. Habt ihr gesehen, ne? Mist, Mist, Mist. Hör. Komm. Ja. Geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Oh, geil. England. Jawoll. Nein. Ja, ja, ja. Weiter, 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 weiter. Shit. Okay. Komm ich nicht weg, verdammt. Jetzt aber. Komm nach rechts bis... äh, links bis hin. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist, 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 Mist. So, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Ah, war der wieder im Weg da? Nein. Mist, Mist, Mist. Wo ist einer hier? Da war er. Oh, er nimmt den Ball nicht mit, verdammt. Zu früh gedrückt. Jetzt. Also irgendwie versucht er immer da, im Weg zu sein, ist er aber nie. Oh, jetzt hat er uns doch den Ball weggenommen. Immer noch kein Foul. Gibt's ja gar nicht. Mist. 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 Wieso habe ich keine Abwehr? Was soll der Mist? Mann. Mann. Verdammt. So, Nummer 10 auf Nummer 11. Nummer 11 auf Nummer 9. Und Foul. Ja, das war ganz klar ein rot-würdiges Foul. Und der Sherry zieht natürlich rot. Was soll er sonst machen? Dann bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, aber direkt vor der Abwehr will ich keinen Mann verlieren. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Boah. Mann. Ja, klar. Der geht, der grätscht rein, kriegt den Ball nicht und kriegt den dann doch irgendwie. Wo ist einer hier? Hallo. Ah, hat der diesmal doch mal sein Bein dazwischen. Verdammt. Komm, jetzt mach ihn rein. Komm, jetzt mach ihn rein. Mist. Kann man, ja, 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 geil. So, Halbzeit. 3 zu 2 für Deutschland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir haben schon einen weniger. Sieht man gleich kurz vor Schluss. Da ist einer weniger. Da, 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 da. So, machen wir jetzt, ähm. Guck mal, Vierer-Abwehr, ne? Ne, wir machen ihn so. Alles klar. Da, 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 da. Oh je, oh je, oh je, oh je. Jetzt wieder richtig coole Musik. Nein. Ja, weiter, weiter, weiter. Komm, komm doch. Immer direkt auf den Torwart, verdammt. Die 10 nimmt der Nummer 10 den Ball weg. Mist. Nein. Mann, jetzt lass mich doch mal hier angreifen. Komm, Eigentor wäre doch mal schön. Bämst. Komm. Wow, 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 wow. Jetzt aber. Wieder nicht. Wann kommt da nicht der eine da? Drin das Ding jetzt mal. Mein Gott. Wow, 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 ist das spannend. Nein. Nein. Er ließ sich einfach nicht umhauen, der blöde Brock da, die Nummer 10. Ja, scheißegal. Scheißegal. Lauf, 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 lauf. Und schieß. Ha, doch. Entweder schieß ich genau in die Mitte. Oder. Ja, klar. So, Ball zurückerobert. Zu weit weg noch. Ich möchte gerne mit dem laufen. Und jetzt mit dem da oben. Man kann nie mit dem laufen, mit dem man laufen möchte. Und dann wundert man sich, dass man... Oh. Rein. Oh, Mann. Komm, Nummer 10. Ach, falschen Knopf gedrückt. Verdammt. Aber er ging ja eh nicht durch. Mann. Jetzt aber mal. Yes. Endlich mal. Richtig geil getroffen. Jawohl. Geil. So, direkt umgehauen hier. Jo, das war auch nix natürlich. So, komm her. Komm her. Komm her. Mist. So, drin. Nein, nicht drin. 20 Sekunden noch. Verdammt. Nein, 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 nein Mann, ey! Direkt Elfmeterschießen, verdammt. Wie geht das? Das habe ich noch nie gemacht. Ja, natürlich. Ja, genau. So geht's. Scheiße! Ich wollte auch rechts hinschießen. Okay. Alles noch möglich. Alles noch möglich. Alles noch möglich. Mist. Alter. Jetzt ist nichts mehr möglich. Scheiße. Di-di-di-di-di-di-di. Hallo? Scheiße. Verkackt. Na klar. Scheiße. Verdammt. Wir haben verloren, Freunde. Versuchen wir es direkt nochmal. Wir versuchen es direkt nochmal. Wenn wir es dann nicht schaffen, dann ist es eben verloren. Badadada. So, jetzt nochmal zittern und zittern und zittern. Kick auf. 4 Sekunden Vorschluss. 4 Sekunden Vorschluss haut ihr uns das Tor rein. Nein, ey. Das darf nicht wahr sein. Wir haben so ein schönes Tor noch erzielt. Kurz vor Schluss. Aber anscheinend nicht kurz genug vor Schluss. Mann, warum war der nicht drin? Vielleicht, weil er nicht drin war. Lässt sich aber auch nicht umhornen, da der eine. Jawoll. Die Nummer 10. Auf die ist Verlass. Wenn die schießt, ist er drin. Rudi. Rudi. Rudi, Rudi, Rudi. Nein, das war doch klar, dass der mir den wegnimmt. Jetzt aber. Los, lauf, 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 lauf. Und schieß. Ganz knapp. Einwurf für uns. Komm, nach rechts ein bisschen. Ah. Jetzt aber. Jetzt aber. Wie wär's mal mit umgehauen werden? Scheiße. Boah. Meine Hand verkrampft schon. Und ich hasse diese Ecken von dem Gegner. Ich kann das nämlich richtig gut. Nein, 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 nein. Ja, Mann, Emi. Schieß doch, Rudi. Ja, wie oft noch. Boah, ey. Wer mich einfach nicht schießen lässt, verdammt. Zu weit weg. Jetzt, 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 jetzt. Oh, gerade eben noch gehalten. Komm, Nummer 10. Nein. Nein. Lauuuf. Ja, 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 Eigentor. Hau drauf. Hau ihn um. Nach rechts. Ah, Mann. Hau. Klar. Der liegt auf der Erde und klaut uns trotzdem den Ball. Geil ist immer, man ist schon dran vorbei. Dann kriegt das doch noch hin. Es nimmt uns dann den Ball an und macht natürlich nichts. Jawohl. Geht doch. Mann, Eigentor da, du Blödmann. Wenn du schon so scheiße da immer rumstehst, dann musst du auch mal ein Eigentor machen. Komm, drin, 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 drin. Jawohl. Genau eine Sekunde vor Schluss. Geil. So, die Chancen stehen jetzt besser als gerade. Geil. So. Einmal schön hier die Arme ausschlackern und lockern. Schmerzen nämlich so ein bisschen. Wow. Sag mal Torwart was geht denn da ab ey. Den muss man noch halten. Verdammte Scheiße. Nein das war so klar dass das ein faul ist. Gelb bitte gibt nur gelb gibt nur gelb gibt nur gelb. Ja Gott sei Dank. Ja nee. Ja nee. Ja nee. Was soll der Scheiß. Oh Mann ey. Ich habe auch nur Pech. Nur Pech. Nur Pech. Nur Pech. Jetzt aber mal. Mach ihn doch einfach rein. Ist doch egal. Scheiß egal wie. Hauptsache drin. Komm jetzt aber. Nummer 10. Ja der musste drin sein. Das geht doch gar nicht anders. Oh Mann. 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 So. Bisschen näher. Bisschen näher. Bisschen näher. Bisschen. Ah. Der lässt sich nicht umwämsen. Egal wie viel Mann ich hier habe. Immer. Komm drin. Immer ist der in der Überzahl. Oh. Mann. Ah, zu weit. Mist. Mist. 4 zu 2 sieht aber gut aus. Ich kann ihn aber super schnell wieder ändern, wie wir es gemerkt haben. Nein. Spieler, hallo. Hallo, 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 hallo. Was soll der Scheiß? Wieso kommt dieser Scheiß-Drechtsspieler nicht einfach angerannt? Ich kann den Spieler nicht steuern. Das ist so scheiße. Zu nah am Torwart. Ist doch klar, dass der einen Vorteil hat. Mein Gott, schon wieder dieselbe Scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich will nicht so zittern. Was soll das? Verdammt. Hau ihn weg jetzt. Ja. Einfach weg. Ein. Mann. Jetzt aber. Ah. Das gibt's nicht. Immer ist der so weit im Voraus. Fuck. Mann. Das ist doch so ein Scheiß. Wieso? Ich verstehe es nicht. 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 Wie kann das sein, dass der immer so einen heftigen Vorsprung hat? Fuck, die Zeit läuft weg. Jetzt rein. Selbst die Zehn machten nicht rein. Scheiße. Mist. Schon wieder diese Scheiß-Alfmeterschießerei. Kacke. Ich kann das nicht. Der hält den immer. Und ich kann den nie halten. Ja. Was soll das? Ich hab doch... Och, Mann. Ja, endlich mal. Wow. Ein Tor. So, und jetzt. Komm, voll Konzentration. Ah, Mann. Voll vertan. Ja, klar. Der springt woanders hin und hält den. Das ist so ein Scheiß. Ach, Quatsch. Ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Ich dachte, ich schieße. Scheiße. Mann. Der muss jetzt sitzen, sonst ist wieder verloren. Ja. Verloren. Fickt euch alle. Ihr Dreckssäcke. Scheiß Engländer. Scheiß Inselaffen. Ich hasse euch wie die Pest. Wieder verkackt. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.